Alhamdulillah, wir haben hier jemanden, der Bruder Rasheed, Alhamdulillah, Allah hat uns ein richtiges Islam geführt, Alhamdulillah. Bruder Rasheed, am besten stelle ich einfach mal vor, wie alt du bist, was du beruflich machst und seit allem Muslim bist. Ähm, ja gut, also ich bin Muslim seit 22.02. dieses Jahres und bin 46 Jahre alt. Allahu Akbar! Und bin durch einen Zufall, und zwar war das letztes Jahr gewesen, im September, hatte ich so einen Flyer im Briefkasten, und zwar ging es da um den Israel- und Libanon-Krieg und das waren so zwei Seiten und da stand ganz unten so eine kleine Anmerkung. Und wenn Sie wissen wollen, was Islam bedeutet, dann schauen Sie unter www.diewahre-religion.de. Das habe ich dann gemacht und habe dann beim Abu Hamza da mal reingehört und ich fand das sehr interessant. Hast du dich gesehen? Ja, auch. Und fand das also sehr interessant und wollte immer mehr und immer mehr und jetzt kenne ich fast die ganzen Beiträge. Und ja, es ändert sich immer was, dank Ibrahim ist immer was am Verändern, immer neue Videos, immer was am Verbessern. Ist einfach super Internetseite. Und ja, irgendwie bin ich doch ganz froh, dass ich dann das Blatt hier da gekriegt habe, von der Dame, wo handschriftlich dann das drauf stand. Also Alhamdulillah, da sieht man mit kleinen Effekten, denn Allah hat jemand recht. Das ist nicht unser Verlehen, sondern Alhamdulillah, aber das ist, Allah leitet die Menschen recht, weil du musst, wo du das schaffst. Alhamdulillah. Was war jetzt, du hast dir so die Videos angeholt, was war denn so das Erste, was du dir angeguckt hast? Das Erste, ich weiß nicht, ich gebe es gar nicht mehr so genau. Genau, und zwar hast du da beim Beitrag gesagt gehabt, dass also mit der Dreifaltigkeit oder wie auch immer, dass das irgendwie nicht stimmt und so. Ja, die Punkte aus der Bibel, die ich gemacht habe. Ja, auch die Punkte von der Bibel, aber das mit dem Heiligen Geist und das Ganze drumherum. Und dann hat es auf einmal bei mir bim, bam, bim, bam gemacht und dann habe ich gewusst, das ist die Wahrheit. Alhamdulillah. Manche Leute sagen, man darf andere, man darf, man darf diese Punkte nicht erwähnen, subhanallah. Weil ich schon mal kurz gesagt habe, weil viele Leute, die sagen zum Beispiel zu mir, die haben gesagt, du beleidigst die Christen. Subhanallah, habe ich einen beleidigt heute? Wenn ich einige Punkte nenne, die da drin stehen, ich auf einer Tadel nicht, nicht Tadel das, was da drinsteht. Subhanallah, da kann ich da nichts für. Das wollte ich schon mal kurz gesagt haben, weil wenn man jemand, weil das kommt direkt mit dazu, wenn man jemanden zu Islam rein, wenn man jemanden Islam beibringt, was ist das? La ilaha illallah. Man kann ehrlich miteinander reden. Wenn ich mit einem Christen rede, das heißt nicht schlecht danach auseinandergehe und wir schlagen uns gegenseitig, sondern man kann miteinander diskutieren. Und viele Moscheen haben Angst davor, so offen über diese Sachen zu reden. Alhamdulillah, der Bruder ist jetzt der Beweis dafür, dass es der größte Schwachsinn ist, was die Leute erzählen. Bruder, du hast best grüßen, wo mich sehr viele Leute kritisiert haben, weil ich einige Punkte aus der Bibel genannt habe, mit der Pfarrer dann abgehauen ist. Und er alle, subhanallah, kann ich ja nichts für mit der Pfarrer, keine Antwort darauf weisen, die Fragen stelle. Alhamdulillah. Und dann, wie gesagt, du hast ja, also das hat bei dir Glück gemacht und dann hast du dich weiter damit beschäftigt. Ja, genau. Ich habe dann in Mannheim mehrere Moscheen angeschrieben, von denen habe ich zwar nie eine Antwort gekriegt. Alhamdulillah, von der Ruhrverein habe ich schon immer gesagt. Ja, und... Hier, das ist der Beweis. Das ist das, was ich sage. Moscheen angeschrieben, keine Antwort bekommen. Ja, und bin dann das Internet zu Muslime Rhein-Neckar gekommen, habe dann über Muslime Rhein-Neckar einen Kontakt gekriegt, zu dem Bruder Asim Mucja. Und er hat mir dann Angebote, sich mit mir zu treffen und haben dann uns getroffen und habe dann vereinbart, dass er einen Unterricht für mich organisiert. Und ja, jetzt... Und jetzt ist das Ganze so langsam am Rollen und es geht vorwärts. Alhamdulillah. So, das ist wieder so eine Sache, die man sieht, dieser Muslime hat immer von Einzelnen verarbeitet, wie jetzt zum Beispiel der Bruder Asim Mucjan. Alhamdulillah. Selakum Mucjan, wie gesagt, du hast ja diese Sachen, Islam hat für dich einfach Sinn ergeben. Ja, das ist aber interessant, ja. Alhamdulillah. Müll Allah dich festlegen und uns dich ins Paradies führen. Jazakallah, Jazakallah. Musch, 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 Musch. Ja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wenn ich dir irgendwie helfen kann oder so, ne? Was du wirklich machen kannst, was du rufen kannst, rufen uns einfach an. Okay. Wir sind immer für dich da, insha'Allah. Allahu Akbar.